Hey und willkommen zu meinem ersten ASO One-Shot-Gank-Bild. Heute werde ich euch mein Bild kurz vorstellen, einen selbst kreierten und er spezialisiert sich auf maximalen Damage mit dem Bohen und dass der erste Schuss vom Bohen einen massiven Schaden am Gegner anrichtet, dadurch dass er verstärkt ist durch die passive Fähigkeit der Magier-Gilde und hier werde ich jetzt meine Sets kurz einblenden, was ich verwende. Das Marag-Tong-Set kann man aber auch gegen Shio Venom-Set austauschen, aber dieses Set bekommt man nur in die Si-Gebiet und viel Spaß mit meiner Gank-Montage, tschau! Schöne Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ihr mehr von diesem Bild sehen wollt, dann lasst es doch in den Kommentaren wissen. Liked das Video, abonniert mich und ciao!